Leute, willkommen zu diesem kleinen Fail-Video von Minecraft. Ich hab gerade herausgefunden, dass wenn man sich in Kreativ-Mode bei Too Many Items einschaltet, ich weiß, vielleicht kennen das schon einige von euch, wenn man sich in Too Many Items-Mode auf Kreativ einschaltet und dann auf Kreativ-Mode aufstellt, also so, und dann einfach keinen Bock mehr zu fliegen, passiert folgendes, ich glaub, die meisten wissen es schon, ich hab's einfach jetzt erst herausgefunden, ja. So, Leute, also, ah, ich hab jetzt irgendwie mal voll Bock, ne, so richtig voll Bock mich hinzulegen. Ah, tot. Ja, Leute, das ist der Fail von Minecraft mit Too Many Items, hoffentlich wird das noch gefixt, aber wie geil ist das denn, ey. Ja, bis zum nächsten Mal, ob die Tots war auch so, tschüss.